So und schon geht es weiter, schonungslos, erbarmungslos durch den Park. Oh, die feuern wieder. Aber die treffen ja sowieso nichts. Von daher nicht so wild. Mal gucken, was sie drauf hat. Und Servus. Stürme mit L2. Was? Oh, das ist so doof. Sicher durch die Flammen, ja. Erstmal verursache ich ein paar Flammen. So, immer wenn es irgendwo was zu lesen gibt, dann wirst du auch gleich wieder attackiert. Ja, auch dann hat sich das auch schon wieder erledigt, wieder getroffen worden. So, oder soll ich? Oh, wir brennen schon. So, mal eben die Dinger nachladen hier wieder. Da hinten gibt es Munition. Oh, da sind die Händler. Ja, gerade noch. Okay, mit dem Sprintstoß hier kommen wir dann durch Feuer unbeschadet durch. Ich hatte ja schon mal so eine Situation. Ja, wusste ich das aber noch nicht und bin dann so reingerannt. Oh, die kann ich erst mal anlocken hier. Verbrennen sie denn? Oh, soviel dazu. Die Feuerwehrmänner verbrennen nicht. Das sind die, die durchs Feuer gehen. Oh. Oh, ist der schnell. Aber ich glaube, er hat mich nicht erwischt. Achso, hatte ich ja schon. Oh. Oh, dreitausend. Jo, 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 jo. Scheiße. Auch die, die rennen da schön ins Feuer. Und brennen auch. Scheinen wohl keine Feuerwehrleute zu sein. Was hat er denn für mich? MP-Munition. Auch gut. Können wir immer gut gebrauchen. In letzter Zeit sogar mehr als sonst. Ja, ist klar. Und jetzt... Da geht... Oi, 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 oi. Ist klar. Ihr verarscht mich Das ist doch nicht euer Herz hier Hey, wie viele waren das denn bitte? Hat das mal einer gezählt? Aber so weit so gut, relativ gut durchgekommen Kann ich da nicht einfach so durchgehen? Ich versuch's mal jetzt erstmal nicht Nein, da wird nichts Wow Ja, Leute, Hilfe Ey, was geht ab hier? Alter, die sind schon heftig Teilweise echt hart Was da so kommt Ist nicht ganz ohne Oh, hier ist ein großer Den haben wir uns aber auch verdient Dicker Panzer So, was ist denn das hier? Mission beendet Ja, das war tatsächlich ein Spitziger So, was haben wir denn? Zielzeit war 21 Minuten Ich war mal wieder das Doppelte wahrscheinlich drüber Ja, fast genau doppelte Zeit gebraucht Sogar mehr Getötete Zombies 976 Dafür kriegen wir 10% Multiplikator Beute 88% Wieder nicht alles Und gestorben sind wir auch nicht Macht insgesamt 5 Millionen Punkte Ja, ist auch nicht schlecht So, dann springen wir Die Skyscrapers Die Skyscrapers standen tall und proud Above and beyond it all Aber sie konnten nicht gegen die Flames die jetzt durch ihre Fondationen melden ihre Frames von inside Ein Bild war untoucht by the hellfire Trümmertürme Gehe auf das Dach des Fernalhochhauses Alles klar Ja, ist das Schnee oder Asche oder was ist hier los? Gut, dann gehen wir nochmal eben schnell in den Shop Ich muss doch mal ein bisschen nachrüsten hier jetzt Erstmal die Munizierung die Munition schnell auffüllen Oh, was haben wir denn da? Eine Klingenkanone Feuert rasiermesser scharfe Klingen Die alles aufschlitzen und Köpfen was ihnen im Weg ist aber nicht übermittig werden Die Munition ist begrenzt 100.000 Ich habe noch 126 Ja, mache ich das? Ich habe erstmal noch einen Molotow Ich glaube, das nehmen wir beim nächsten Mal Jetzt werde ich nochmal sehen, dass ich hier meine aktuellen Waffen ein wenig aufrüste, damit ich da nicht wieder so blöd dastehe Und zwar haue ich hier mal Durchschlagskraft rein Bei der MP auch 22.000, aber gut, das muss sein Und dann spare ich mir den Rest jetzt erstmal auf Damit wir uns da diese Klingenkanone am nächsten Mal kaufen können Ja Gut, das ist jetzt ein bisschen kürzer als sonst Aber wir machen jetzt hier mal schon den nächsten Schnitt Und dann sage ich Bis zum nächsten Mal Wenn wir uns hier weiter bewegen Es wird sicher Spannend Bis da Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal